ok was haben wir hier das sieht sehr stark nach tropa aus ich habe es doch schon dreimal gemacht jetzt ist ja nicht mal was ich da machen muss ok stopper könnte interessant sein könnte auch ein etwas kürzerer spielungs sein ob sie waren da wirklich sehr viel level oha halbes jahr wie die halbes herz machen so muss das wasser aber das ist das wasser das ist nicht wie die andere map ist jedoch fünf level ok das sieht geil aus nein ich muss noch ganz nach hinten das war man sich doch nicht wissen ja drittes level da geht es auch noch vor gott na ich hasse so was das ist x treffen würde wie ich jetzt okay für das level vorletztes jetzt für zwei junge für das war einfach ok wo muss ich hin junge die sie ja kurz jetzt den felser vorausgeschnitten hallo energie online es wird irgendwas und restons sein da braucht eine hilfe dodo da ist gut dass wir zu zweit sind das stimmt irgendwie so ein puzzle oder sowas ja was heißt schon so das kann ich bedenken es ist dieser weg aus der time web oder ich erschieb das sogar wirklich genau so was hat es mit wird sonst zu tun egal das kommt vielleicht da meinst du bist du nicht selder rätsel wissen schiebe wirkten ich weiß nicht dass er gespielt hast mal nee aber ich habe es öfters mal mehr angeguckt klar hallo so ok 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 hat irgendwie gerade was 30 gelesen irgendwie kann jau sagen jetzt trotzdem meistens zumindest relativ gut wo 하루st du solltest die mitte verwandung sagen glaube ich so kann ich denke wieder weg machen dann sagt das hat es wirklich ein bisschen gebraucht oder ein eisrätsel ich aber eigentlich hätte kein problem ich werde so was man gleich wieder mussten es kommen und eigentlich genau so einfach was soll ich muss ja noch ins ziel schieben was macht immer gut blog blog ist der kann nur power oder sowas ich habe es auf jeden fall in west normal nach dort gemacht dann kann ich dich auch so benutzen als weite schon glaube ich ich bin echt gesauft lockt ihr wohnen aber ach so okay ich verstehe ich tue den jetzt erstmal kommen nach hinten schieben genau ich nehme ich denke hier der stütze daran durch und denn jetzt muss ich noch nach dort schieben okay ich muss auf jeden fall erst mal den markt blog irgendwie holen das mache ich indem ich erst mal mit dem eis so ein bisschen spiel und dann hier genau dann wieder weg ja das ist kein sticky piston weil den brauche ich jetzt einfach mich anzustoßen genau das gleich muss ich es einfach noch mit dem letzten machen zack level 11 west und block ok west und block muss wahrscheinlich hierhin aber ich muss das mit dem ich auf den pisten schieben zack 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 und easy zum block so genau richtig heraus weil ich brauche nur auch einen leitstein und schiebe ich einfach noch ganz nach vorne als von sagt dann denke ich einfach nach hinten schieben aber ich musste jetzt erstmal hirn positioniert bekommen alle jetzt habe ich doch so ok einfach nur noch nach unten drehen so western und westen erstmal hin fahr ich den schon mal aus und dann kann ich den hier so positionieren man kann der nicht nach vorne geschoben werden okay das gleich muss ich dann einfach auf der anderen seite machen jetzt noch mal wegschieben ja kann ich kann ich ja dann läuft wie geschmiert links markt blog gar nicht okay ich muss jetzt mal hier entschieden dann muss ich den hier hallo der die zweite oder wie so komisch den ich hier machen genau tauschen war den kann ich jetzt erstmal nach deutschland genau und denke ich auch wenn ich sage ich habe den wasser block nach hinten schieben ok wird immer schwerer und merke schon und geschafft 17 8 so als ich muss ja die linie bilden wenn ich einen außen habe dann soll es auf einfach einfacher sein doch genau das kann ich hier ein weiterer block durchfahren haben wir einen leitstein zu viel aber ich brauche noch mal einen wollte ich mich schon ein bisschen schwer aber ist nicht zu recht lästig okay das hier machen darf den leitstein nicht in ein loch schicken glaube ich wenn es passende doch ja ich habe sie jetzt auch mal hier rein gemacht also ich muss das mal ins markt richtig positionieren so der kann dann nämlich hier seine bahn stellen und das kann ich so aktivieren ist doch noch mal ein hinteren aktivieren weil der macht das hier und durch weil ich gehe nicht ja nur mit der hilfe einem anderen raus die habe ich wahrscheinlich genauso nur die art raus bringen auf den pfeil schieben der pfeil schieten zurück ach so weil die richtung wo er schaut halt ok so ich muss nämlich hier nämlich nach hinten machen dass der hier hier positioniert werden kann genau der muss hier nach hinten damit der hinkommt und der kann jetzt hier glaube ich runter der soll das hier auslösen und jetzt kann ich einfach nach hinten schieben ich habe das ganze ding geschafft nach hinten schieben das fünfte das heißt jetzt kommt letztes game was könnte es sein ein bisschen aus das stimmt ich glaube einfach irgendwas wo ich sehr viel rätsel lösen muss oder so frei so fragerunde ja wirklich so eine game show ok ja ok ich muss 50 zeitlimit average block wurde erse der laut also nee es kann doch zuerst kappel sondern normalen stein oder und das passiert ist jetzt junge ein tut cannot sit on ne cat cannot sit on ist ein können sagen ja ja fuck nö äh which of this is not a music test oder es geht wett geht kiste auch ja dann versuch mal ändert just da ist ok 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 ich muss nicht mit schreiben ich habe nämlich jetzt gerade mit geschrieben ok tig speed 3 oder die vor random text wird ist 3 ja ok glaubt es kann es bringen aber oder nicht das wusste ich zum beispiel nicht ist korrekt hat es so ach ne ja anders sieht sieben sechs mathematik ganz schwierig korrekt 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 1 2 2 ja 100 korrekt 13 gibt es auf jeden fall 15 block steht zum beispiel lever hat zwei block states hat mehrere weil du kannst an mehrere seiten dran war so fans hat 1234 feiert durch nur ein nordblock weiß ich nicht ob die sounds dazu zählen ich glaube nicht redstone dust hat 1 also ich glaube redstone das okay weil du kannst ja rechts links was auch immer machen scheiße ist der haus name ich glaube es war ein langer namen oder ich will es mal den nächsten nehmen irgendein langen namen das wusste ich noch ich glaube ich ja ich mal auf das wort das käfen cliff korrekt ja ja 18 millionen dann sind es 3 millionen f hat es nicht ja ich kann es aber in einem wohnen mittlerweile mit dem sport nicht mehr okay er hat eine cannot be composed echt ja okay ja sonst hätte man doch über die krassen bambus verwandt er nicht direkt travel bedrock ach not ja das ist ein solider block korrekt ja was einfach der trock ist aqua da ist korrekt was number to craft korrekt iron aus allen markets nämlich 9 ruby oder keine ahnung es kommt hier so das ist korrekt ich war vorhin auch ich habe verstanden welche hast du schon mal gespielt oder wohl zur werbung für seine time mit machen doch es gibt musste dinger stimmen die wurden relativ neu sogar eingeführt jetzt erinnere ich mich auch die 28 die weniger 128 was gold das ist eine gute frage 30 frauen inside schiff 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 da im schritt nahe ein baupau 1 nein instant damit schenzen damit was kann nichts als brennstoff gewählt werden komposter ja lektor ja wie die hei wir kommen uns vor also beehive kommt bekommen ich bin mir auch nicht sicher ist das eine gute question da ist okay wer war es japa japa wer ist denn japa keine ahnung kennt man nicht kein weg obsidian älter guardian nicht oder also ich wüsste kein doch obsidian der kann mit zur richtigen wahrscheinlichkeit zum blauen kopf schmeißen und der kann dann das zerstören ok das wusste ich noch nicht ok wieviel sind es müssen dann 8 sein oder etwas in es sind ich hasse mein leben das ist der programmierer den ich hier im rucksack was habe ich 60 millionen oder 60 oder 6 millionen aber ja versuch mal 60 ich glaube ja was gibt data block glaube ich und ich block data 20 ja ich kann letzte fahrglaub ich ach du scheiße nie gut ist ja langsam bambus jetzt durch sollte ich glaube hier und es kommt noch ein level eigentlich gar ok was alles drin was ist in dieser kiste drin das interessiert mich jetzt ein tnt ok sind es reiblich roboter oder wie irgendjemand hat irgendwas zu time von der zeitmaschine gestohlen irgendwelche blauen dinger tippe konntet ok krass ja ich muss sagen map war geil ich fand die mini spiel doch so ein bisschen zu lang gezogen von der länge her ok das quiz hätte man vielleicht 40 fragen machen können der parkour ging das erste mini spiel ging wirklich zu lange genauso wie das mit den rätseln dropper war auch von der länge in ordnung das war es eigentlich ansonsten wirklich sehr geile map auch von der story her dass man dieses 2d minecraft hat man am anfang sehr stark gefallen ich hoffe da gibt es irgendwann eine vollversion oder so da gibt es glaube ich schon eine vollversion okay könnte man sich auch mal anschauen aber ja ganz gute map ich sagen bis zum nächsten mal